Nee, Mann! Ist okay! Hast gewonnen! Nein, kommst du da! Och, Mann! Herzlich willkommen, VR Gamer! Der Zarg ist wieder am Start hier. Leider. Denn ich habe hier wieder ein Horrorspiel parat. Diesmal glaube ich auch ein extrem auf Jumpscare ausgelegtes Horrorspiel. Mein Puls freut sich schon. Ja, Five Nights at Freddy's VR. Help Wanted. Ich schaue jetzt mit euch gemeinsam da rein. Später gibt es noch einen Livestream. Das heißt, für all die das Video jetzt gucken, gestern Abend war der Livestream. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber jetzt erstmal meine ersten Schritte in diesem tollen Spiel. Ich sitze, wie man sieht, spiele mit dem DualShock 4 Controller. Also so gesehen erstmal ganz chillig alles. Uh, dann bin ich jetzt mal gespannt. So, habe ich hier ein Menü? Oh, jetzt habe ich einfach gedrückt. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Funtime Friday. Close doors. Grab and release this square button. Okay, Moment mal. Geht das nicht auch mit Move? Es geht auch mit Move? Also nicht ganz so entspannt, aber ich bleib mal sitzen. Weil ich glaube, man sitzt doch auch im Spiel. Geht man da? Ich weiß es nicht. Ich habe kein Freddy's zuvor auf der PC gespielt. Ich kenne die Serie nur vom Namen her. Flashlight. Ach, Scheiße. Ich dachte, ich klicke die Tipps so durch. Ich habe hier eine Tasche, oder? Was habe ich zu tun? Oh Gott. Geht es schon los? Wieso? Jetzt schon? Was musst du tun? Habe ich mich jetzt teleportiert? Aua! Hör doch malbrigens, kleiner auf! Was ist denn mein Ziel? Was ist denn los? Warte Tage backgroundschool! Da kann ich mich mit channeliputieren. Ach, dahinten war auch einer. Gotham hyperpack ringleints. Was war ein god하 אחד kitten clip. Was ist denn wenn ich mit denividadeigen Einfluss auf Bouren Deckeln? Da kann ich mich mit senden. Bleib zu! Bleib zu! Okay, warte, jetzt kommt der Typ wieder, oder? Jaaa! Tod, oder? Ich versteh nicht, was ich machen soll. Woah, was? Nacht 1. Okay, warum ist denn schon das scheiß Menü hier so gruselig? Price Counter, Showtang, Replay-Title. Was soll ich machen? Price Counter. Was, das sind ja, soll ich mir jetzt diese Puppen, die mir die ganze Zeit Angst machen, soll ich mir jetzt kaufen? Okay, man kann sich hier, Goldmans habe ich hier auch schon mal gesehen, kann man sich scheinbar was kaufen. Showtime klappt auch nicht. Nacht 1. Ich sollte überleben. Wie überlebt man denn das Spiel? Und warum hat der mir jetzt so wenig Tipps gegeben? Eben stand noch viel mehr da. Ich weiß aber nicht, ob ich in die Steuer herumgehe. Hallo? Das ist ja was ganz anderes jetzt. Hallo? Hallo? Ja? Ich wollte euch ein Messer schreiben, um euch zu helfen, dass ihr zu erstes auf eurem ersten Tag. Es ist unglaublich, dass das menschliche Körper nicht ohne diese französische Knie leben können. Jetzt, um eure Sicherheit zu sein, das einzige Spiel ist, das ist das Spiel, die Lage ist schon drei Stunden lang voll. Das ist die Wahrheit, dass diese Charaktere, wenn sie dich nach Stunden sehen können, wahrscheinlich werden sie nicht als eine Person sehen. Sie werden wahrscheinlich sehen Sie als ein mentaler Eindoskeleton, ohne seine Kostüme auf. Als das gegen die Regeln hier an Freddy Fazbear's Pizza ist, sie werden wahrscheinlich versuchen, zu stecken Sie in eine Freddy Fazbear's Suit. Das wäre nicht so schlecht, wenn die Kostüme selbst nicht gefüllt werden, mit Kostüme, Wired, animatronischen Beispiele, insbesondere in der Fasie. Also, Sie können sich vorstellen, wie Sie die Kopfhörst du in einer solchen Kostüme haben, in einer solchen Kostüme. Und, ja, wenn Sie die Kostüme haben, dann sehen Sie die Kostüme. Dann sehen Sie die Kostüme. Dann sehen Sie die Kostüme, oder? Sie sollen mal hier reinkommen. 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 Dann sehen Sie die Kostüme. Dann sehen Sie die Kostüme. Dann sehen Sie die Kostüme. Oh! Nein! Warte! Warte! Nein, Mann! Ist okay! Hast gewonnen! Nein! Wie warst du da? Oh Mann! Okay, keine Ahnung. Ich habe... Der hat mich jetzt so lange vollgelabert, dass ich sterbe. Das ist ja schon mal ziemlich geil jetzt hier gemacht. Eben damals um 11 Uhr hat es gestartet. Nee! Jetzt nicht. So. Okay. Okay. Mit den Kameragaskanern rumschalten. Ich kann hier nicht warten direkt in den Räumen nebenan. Die dürfen eigentlich hier schon gar nicht hinkommen, oder? Da ist auch einer. Let's just focus on getting through your first. Okay? Let's see. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Das Licht verbraucht ein bisschen aufströmender. Der steht da noch. Steht da noch. Oh! Ach, das ist ein Poster, ne? Gehen wir alle durch? Boah, das ist ja sehr, sehr dunkel. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt vernünftig alles sehen. Aha! Da stehen schon mal zwei. Was ist die Frage? Oh, 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 oh. Der ist auch schon ein bisschen näher. Das ist das Prost da. Oh, ja, ja. Du bist aber gierig, ey, okay? Der andere steht, aber noch da. Er ist noch da, er ist noch da. Sind es nur die drei? Dann sind die ja noch... Ich habe das Gefühl, ich höre was. Oh, okay, okay, der ist schon sehr nah. Scheiße, wir sind alle schon weiter, oder? Wie steht es noch da? Ich weiß nicht, ob die automatische Umwand wieder aufgeht. Er ist weg. Oh Gott, oh Gott. Ich markier wieder auf. Er steht da noch rechts. Okay, du hast dich da verstanden. Wo ist der Bär? Der Bär steht noch am Anfang. Der ist hier. Der ist doch da. Oh Gott. Da steht nämlich direkt keiner. Und du stehst direkt hier. Zwei Stunden noch. Ich kann doch mal wieder abhauen. Wie krieg ich die vielleicht durch das Licht weg? Jetzt ist er weg. Ah! Ah! Der hat, glaube ich, mehr Stocken als ich. Warum sehe ich den nicht auf der Kamera? Ich muss sicher sein, dass sie weg sind. Ich muss sie woanders finden. Wo sind die denn? Wo sind sie denn? Das Licht aus! Das Licht aus! Eine Stunde noch. Sechs, sechs. Einmal hab ich es, glaube ich, geschafft. Ich lass die Türen, glaube ich, zu. Ich wage es. Der Bär hat sich gar nicht bewegt, oder? Oh Gott! Fünf Prozent! Zwei Prozent! Ein Prozent! Bitte! Oh Gott! Fünf Prozent! Oh Gott! Ein Geschenk! Game gewonnen! Ich will mich doch jetzt verarschen, oder? Ich weiß doch ganz genau, was passiert. Alles gut. Nur ne Puppe. Nur ne Puppe! Nur ein kleines bisschen gruselig. Sehr viel Spaß! Ich hab den Spaß meines Lebens hier. Nacht zwei. Komm, wir machen einfach mal weiter hier. Freddy's Five Nights at Freddy's Teil 1 Nachts 2. Okay. Erstmal wieder abchecken. Wen haben wir hier? 1, 2, 3. Schon wieder. 1, 2, 3. Schon wieder. Aha! Die bewegen sich sogar. Einer ist unterwegs. Zwei sind unterwegs. Da geht der andere. Oder jemand auf deiner Kameras Dieser Vogel ist so gruselig, oder? Guckt euch mal an, wie der guckt. Man sieht's natürlich nicht so gut in dem Schwarz-Weiß. Ja. Der eine, der Hase oder so, ist glaube ich im Hintergrund verschwunden. Und da geht er auch los. Okay. Okay, der Hase ist hier links. Ist er jetzt hier? Ich darf natürlich die rechte Seite nicht vergessen. Ahaha! Allein ist der Vogel. Ist der Bär noch da? Wer ist noch am Start? Wo ist der Hase? Okay, der Hase steht wirklich direkt hier neben. Und er kommt jetzt auch langsam in meine Richtung hier. Hau ab! Ich glaube hier. Kann ich jetzt aber wieder zumachen. Äh auf. Um ein bisschen Strom zu sparen. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wo er ist. Ja, du bist da. Okay. Der Bär. Die ist noch am Eingang. Ja! Ja! Was ist das? Warum finde ich keinen? Ah okay, der Hase ist da. Warte mal, du bist ja ganz woanders hingegangen, oder? Der steht gar nicht neben mir. Oh nein! Jetzt habe ich ihn vergessen! Licht! Nein! Oh nein! Jetzt habe ich ihn vergessen! Oh Mann! Okay, das ist gar nicht so leicht. Ich, äh... Ich probiere einfach mal einen anderen Modus, würde ich sagen. Aber was war denn das, was ich eben gestartet habe? Nach zwei. Nach zwei. Nach zwei. Nach drei. Ach, das ist Teil zwei. Teil drei. Wahrscheinlich sind das noch so andere Ableger. Was ist denn hier? Muss man hier noch reparieren? Okay... Ich glaube ich probiere jetzt einfach mal hier rein. Mal so ein bisschen auch was zeigen, ne? Von dem Spiel. Ja, auf jeden Fall, die drei, denke ich jetzt mal, Teil eins bis drei sind relativ klassisch mit den Kameras. Grab and release. Make repairs. Okay, wir müssen auf jeden Fall das reparieren. Alles klar. Scheinbar muss ich nur reparieren. Aufrägen sieht auch noch gut aus. Was passiert hier? Warum sehe ich nichts? Was? Geh... Ja, weg. Das ist schon mal sehr gut. Was? Wie? Muss ich die richtige Reihenfolge machen? Welcome to Vet Repair. Vorschul. Zack. Alles klar. Vielleicht sollte ich es mir doch auch mal anhören, aber egal. Komm, hol mal was mit mir mit dem Stock ab. Das war doch schon mal richtig. Weg. Alles klar. Jetzt gehst du raus. Ich mache das an. Lasse das aber mal so. Ja, bleib ja weg. Ich muss ja, glaube ich, Licht machen, damit die nicht kommen. Ich habe dich im Blick. Was muss ich tun jetzt? Was? Geh weg! Geh weg! Aha! Aha! Der Kriegchen nehme ich durch! Vier! Ich guck immer überall hin. Mich überraschst du nicht! Man kann ihn, glaube ich, auch immer ganz gut hören. Was ist denn denn hier los? Was willst du hier in den Gang? Rot. Gibt er mir die Lichter an? Okay. Grün, Rot, Gelb, Blau. Grün, Rot, Gelb, Blau. Grün, Rot, Gelb, Blau. Grün! Grün, Rot, Gelb, Blau! Aha! Aha! Das war es schon? Ein perfektes 72 Degrees. Good job! See you next time! Easy! Easy! Das war echt nicht schwer. Und der war auch relativ einfach eher zum Gehen, sage ich mal. Ich musste einfach nur da hingucken. Wow! Butter! Dark Rooms, Parts & Services. Okay, hier habe ich noch mal den zweiten Teil. Night Terrors. Ach, da war ich gerade eben drin, oder? Habe ich Night Terror gemacht? T-Button. T-Button. Press and hold to move. Ach so. Ja. Press and hold to move-Button für das Licht. T-Button zum Teleport. Und wieder überleben. Hm. Ich bin immer noch unsicher, wie das gehen soll. Ja, aber wie kriege ich den jetzt weg? Das ist ein Scheiß-Level. Wir haben jetzt zwölf. Kann ich mich einfach ins Bett legen? Ich kann nur hier hin und her gehen? Hello! Hello again! Was ist, wenn ich einfach nicht hingucke? Haut ab hier! Lass mich in Ruhe, ja? Ich hab nichts! Hat die eigentlich... Ah! Batterie! Kann ich jetzt wieder in die Mitte? Wie? Was ist mit diesem Blauen in der Mitte verkehrt? Da! Haha! Seh' dich doch da! Haha! Hahaha! 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 Hahahaha! Untertitelung des ZDF, 2020